Und alle zusammen, hier ist wieder heutzutage und schön wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns bei den Invasionen hier im Schlund erspielen können. Und zwar haben wir das hier einmal schon im Inventar, das Geschirr des unvergänglichen Schattenhundes. Und dieses können wir bei dem Necrolord-Angriff bekommen. Wenn die Angriffe sind, beziehungsweise wann die Angriffe sind, seht ihr immer hier auf der Schlundkarte. Dafür müsst ihr aber die Kampagne vom Patch 9.1 zumindest, ich glaube ich bis auf 3 gespielt haben, dass ihr die seht. Beziehungsweise mit dem Win könnt ihr die ja dann einfach skippen. Genau, hier seht ihr, haben wir den Necrolord-Angriff. Diese Angriffe sind insgesamt immer zwei pro Woche. Heißt von Mittwoch bis Samstag 21 Uhr. Und dann der zweite ist von Samstag 21 Uhr wieder bis Mittwoch ID Reset. Es gibt insgesamt vier Angriffe, heißt innerhalb von einem zwei Wochen Zeitraum sind alle Covenants mal dran. Also jede Woche zwei Stück, insgesamt dann vier alle zwei Wochen. Dann geht es wieder von vorne los. Bedeutet, wenn ihr den Necrolord-Angriff nur braucht, dann müsst ihr halt immer zwei Wochen warten, bis wieder der nächste Necrolord-Angriff ist. Wie funktioniert das dann bei den Angriffen? Wir laufen hin, quatschen mit einem NPC. Dann gibt es vier Daily Quests oder vier, ja, vier Quests, die man halt in dem Angriff absolvieren kann. Das sind keine Daily Quests, weil die Angriffe sind dreieinhalb Tage und ihr könnt die nur einmal innerhalb von dem Angriff quasi absolvieren. Wenn ihr diese vier Quests absolviert habt, dann müsst ihr hier rüber gehen und dann drei Bosse töten. Und wenn ihr die drei Bosse getötet habt, bekommt ihr am Ende eine Kiste. Und diese Kiste kann ich euch hier mal zeigen, die schimpft sich Kriegskasse der unvergänglichen Armee. Und es hat insgesamt eine vierprozentige Chance, wiederum unser Mount zu droppen. Heißt, wenn ihr ein paar mehr Twings habt, könnt ihr das mit mehr machen. Meistens dauern diese Invasionen so 10, 20 Minuten rum im Schnitt. Also das geht relativ schnell, vor allem wenn ihr es mit einer Gruppe macht und könnt dann diese Kisten farmen. Ich habe es mit insgesamt 19 Shards jetzt immer gemacht und dementsprechend schon die eine oder andere Kiste aufgemacht. Ich hatte so irgendwas zwischen 30, 40 Kisten, habe ich gebraucht, um mein Mount zu kriegen, was halbwegs im Rahmen ist, würde ich mal behaupten. Gut, dann schauen wir uns das Mount mal an. Geschirr des unvergänglichen Schattenhunds, das lernen wir hier mal. Und dann schauen wir mal, wir können auch hier Kasse eingeben, denn die droppen alle aus Kriegskassen. Und hier haben wir das Mount. Dann können wir es uns mal angucken. Ihr seht, hat auf jeden Fall ein ganz cooles Model. So ein ähnliches Mount gibt es natürlich in Maldraxxus schon das ein oder andere Mal, also was ganz Neues ist es nicht. Es hat halt eine bisschen andere Farbgebung und das Mount Special kennen wir ja tatsächlich auch schon. Übrigens gibt es bei den anderen Invasionen bzw. Angriffen hier im Schlund von den anderen Covernants auch Mounts. Bei der Wilden Jagd gibt es den Beinspalter der Wilden Jagd. Und bei den Vent hier gibt es die Fledderschwinge des Ernters. Da werde ich aber, denke ich mal, auch nochmal eigene Videos zu machen, sollte es soweit sein, dass ich die gedropped bekomme. Übrigens, bei den Kyrianern gibt es kein Mount. Das ist ja die vierte Covenant-Fraktion, die hier angreift. Dort gibt es aber ein Toy. Das habe ich auch schon bekommen. Dazu hat es auch schon ein Video gegeben. Und ja, dann würde ich sagen, habt ihr alle Infos zum Mountfarmen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr es vielleicht schneller bekommt als ich. Und wie gesagt, Schlüssel zum Erfolg ist, wenn dann Glück oder viele Twings zu haben. Und das Ganze hier halt tot zu spammen, so wie ich das gemacht habe. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dann. Ciao.